Böse Kappe Servus Freunde ich bin's euer Story Z Aber bevor ich jetzt hier irgendwie anfange Möchte ich ganz kurz etwas loswerden Heute morgen komme ich hier so rein, es ist Montagmorgen 8 Uhr Ich freue mich drauf richtig wieder Ein richtig dummes Scheißspiel zu spielen Weil es ist ja Sterzig Scheiße am Mittwoch mit Sterzig Ihr wisst wie ich meine Komm hier ins Büro, will mir einen Kaffee machen, schön für die Aufnahme Macht den Schrank da auf und guckt rein und die Tasse Meine Tasse ist weg, also die mit diesem Gesicht hier Irgendjemand hat sich letzten Freitag, wo ich nicht hier im Büro war Meine Scheiß Tasse genommen und daraus getrunken Wenn ich die Person erwische Ich bin hier Tassi? Du? Bist du's wirklich? Melde dich, wo bist du? Gib mir einmal ein Schiff drüben Oh mein Gott, ich muss schnell los Was machst du? Was machst du denn hier draußen Mann, bist du völlig bescheuert Du musst mir doch sagen, wenn du hier draußen stehst Mein Gott Gott sei dank, hast du's überlebt Ey, ich dachte du wärst tot So meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Sterzig Scheiße am Mittwoch Äh, es ist Mittwoch Sterzig Scheiße am Mittwoch Ich bin Sterzig und das hier ist Scheiße und es ist Mittwoch So Ja, heute haben wir wieder ein absolut geiles Game Das hat mir tatsächlich die liebe Anna geschickt, ne? Grüße an Anna Ja, ich bin gespannt, sagen wir so Mehr kann ich dazu wirklich nicht sagen, weil, äh Ja Ich würde jetzt einfach mal auf Start drücken Ah ja Random Generated Open World Semi-Post-Apokalyptisch-Survival-Car-Driving-Game Das ist glaube ich die längste Beschreibung, die ich jemals in meinem Leben gehört habe Das wird gut Ha Ha So, ich würde sagen, wir nehmen uns erstmal schon einen schönen Drink mit Man kann trinken So Allein wie mein Körper schon wieder steht, ey Scheiße Oh Ja, ja Das nehmen wir mal mit Hm Können wir jetzt schon fahren Guck mal, hier ist unser Auto, oder? Ja, das ist doch eine geile Karre Also ich weiß gar nicht, was ihr wollt So, können wir hier mal rausgehen? Oh, es gibt einen Keller Hello Hello there Jut Wofür ist der Schalter? Okay, das wird was Oh Oh, nein Scheiße Ich hab die Tür abgemacht Oh Gott Leg die Tür wieder ab Leg die Tür Oh, Gott sei Dank Was bist du denn? Junge Junge, piss dich Alter, was ist das für ein Sound Oh mein Gott, es kommt rein, oder? Nee, das kommt nicht rein, safe nicht Nee, ist ja, ist ja, ist ja Es ist gestorben Ich hab das Spiel einfach schon besiegt Bevor ich's überhaupt angefangen habe Wie geil ist das denn? Okay, der Hase ist tot, Leute Easy Kann ich nicht rausfahren Ich muss noch, Leute, ich muss noch rausfinden, wie das hier funktioniert Okay, es geht los Es geht los, Freunde Okay, und jetzt rückwärts Ja 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 Ich habe unter anderem das hier Halt's Maul, Google Irgendwann reicht es mir Jedes Mal Willst du irgendwas von mir, weil ich einmal im Video okay sage? Hör auf, mir zu helfen, bitte Okay, Google Ich möchte dich förmlich darum bitten, mir nicht immer zu helfen Wir könnten uns zum Beispiel über Fakten unterhalten Lust auf einen Fun-Fact? Ja Na klar, McDonalds ist der weltweit größte Vertreiber von Spielzeug Erzähl mir einen weiteren Fun-Fact Vorsicht, verrückter Fakt im Anmarsch Die Amerikaner verputzen täglich etwa 40 Hektar Pizza Ein weiterer Fakt im Anmarsch Komm mal her, Süßer Hoppi, Hoppi, Hoppi Tod Noch einer Komm her, Schatzi Komm her, Schatzi Komm her Ja Wow Hier ist, hier ist K-Benzin, ja Das ist Motoröl So Ich glaube, wir tanken gerade, oder? Ich tanke jetzt mein Auto auf Und dann geht's los In die Fähren der Welten Bis nach Nanya Okay, wir haben es leer gemacht Nach 16 Jahren ist es leer Oh mein Gott, ach so Ich muss so nachladen Okay, ich verstehe Ja, dann können wir ja los Wir haben getankt Wir haben eine Waffe Und dann geht's auch schon los Was, warum kann ich jetzt nicht fahren? Scheiße, die Batteries Ja, aber wie mach ich denn jetzt die Batterie? Mann, ich will doch einfach nur fahren Mann, ich hab keine Ahnung von Autos Ja, mir geht's super, mein Freund Mir geht's wirklich super Das geht Das geht Ich wusste nicht, dass es geht Okay, neuer Versuch So Dich fülle ich jetzt hier rein, mein Lieber Genau, so, jetzt haben wir hier wieder unsere Knarre Die nehmen wir mit Und jetzt mach ich die Scheißtür auf Und wir fahren endlich in unseren Frieden Und du Kommst mit Du setzt dich jetzt hier hin Ist das klar Zu Und jetzt geht's los Oh, endlich sind wir auf der Straße Meine Fresse Tschüss Jetzt bin ich mal gespannt, wo es uns hinführt Jo Brigitte, alles gut bei dir hinten? Das freut mich Das freut mich Ah Ich sag euch, wie es ist, mein Auto Das ist zuverlässig Abfahrt Hase! So Was sehen meine verschwitzten Augen denn da? Ist das ein Gebäude? Bleib hier, Birgit Brigitte, oh Ja, du bist nach unten gerutscht So Scheiße Passiert dem Besten So Birgit, du bleibst da Kann ich hier irgendwo durch? Was? Ein Motorrad Und ein Arm Ich hab was gefunden für dich Ein... Oh Oh Jawoll So, Birgit Unser Auto wird immer schöner Ich sag's dir Mein Gott, hier ist noch ein Arm Geil, einer mehr von meiner Sammlung So, mein kleiner Arm Du kommst jetzt auch auf die Windschutzscheibe Zack Scheiße Können wir hier mein Auto? Oh 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 Okay Oh mein Gott Ja, 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 ja Beate Beate, mach doch was Beate, hilf doch Oh 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 Beate, was hast du getan? Das ist alles deine Schuld Mach sofort Mach sofort die Beine ab! Beate Mach sofort die Kliegmassen vom Auto! Beate, bleib stehen! Oh mein Gott Oh Oh mein Gott Beate Beate Mach du fast Oh Oh Scheiße 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 Beate Oh Gott Geht's ihm Beate Irgendwas ist mit diesem Auto Wir lassen das am besten einfach hier, komm mit Komm mit Beate Oh 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 Komm dem nicht zu nah Beate Schnell Okay Dieses Auto ist glaube ich im Arsch Äh Ja Vielleicht kriegen wir das noch hin Vielleicht kriegen wir das noch hin Vielleicht kriegen wir das noch hin Oh mein Gott Oh Gott Okay eine kriegen wir noch hin Okay Niemals Arme vorne auf die Motorhaube machen Das mag das Spiel gar nicht Oh was ist das denn für eine Crackkarre Ich weiß auch nicht was passiert ist Beate Ich hab da Arme dran gemacht, ja gut Aber das ist ja kein Grund, weißt du wie ich mein Komm her Beate So Du sitzt jetzt auf dem... Oh Gott es tut mir leid So Beate Ein weiterer Rot-Trip für uns beide Wir sind einfach ein Dream-Team Beate So Ein weiterer Road-Trip Mit Beate und Sterzig Am Mittwoch Sterzig Scheiße ich bin Sterzig Heute ist Mittwoch Da ist doch was oder? Das sieht mir aus wie ein Haus Beate wir haben was Oh du bist vom Stuhl gerutscht Beate guck mich nicht so an Auf zu zittern Sooo Servus Hier liegt Scheiße Na gut dann nehm ich Kacke mit Was? Ich kann kacken? Achso Leute ich kann mich hier rauf setzen Guck mal wie er da sitzt Jetzt sitzt er nicht so rum und sag mir wie ich aufstehe Oh Gott sei Dank Yo ich hab Kacki gefunden Würde ich mal einpacken Das Ding ist ich muss halt langsam was finden Ansonsten geht mir irgendwann das Benzin aus Ich halte mal Ah Scheiße Bitte geb mir doch einfach nur Ein wenig Benzin für meine Scheißkarre Oh mein Gott ich hab mir weh getan Scheiße meine Heckklappe Ach weißt du was? Ganz ehrlich Scheiß drauf Ah jetzt ist da Oh mein Oh mein Kopf Da hinten ist ein Haus Bitte sag mir da ist irgendwas krasses drin So Brigitte ich mach die Handbremse hoch Du bleibst im Auto Zwei weitere Brigittes Brigitte ich hab deine verlorenen Schwester angefunden Ich packe dich ein Brigitte deine Familie Zack rein mit dir Brigitte du hast endlich Freunde Und kacke ist auch noch da Und kacke ist auch noch da Ja Ein Liter Oh mein Gott Gott sei Dank Jetzt wird getankt Oh Scheiße Wir sind wieder bei 1,6 Tausend Milliarden Liter Zu Willkommen mit meinem Auto Oh Hase Komm her hier Klopp Oh 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 Oh! Alter, dieses Spiel, ey. What the fuck? Das war die randomste, das war mit Abstand die randomste Scheiße, die ich jemals im Spiel gesehen habe. Das habe ich null erwartet. Das war, das war so ein richtiger, ich fühle mich gerade wie ein anderer Mensch, also... Ich glaube, wir werden hier noch einige Stunden reinstecken müssen, um hier einen Erfolg zu verzeichnen. Und ich glaube tatsächlich, dass... Ah, da! Das ist eine kleine Tankstelle, soweit ich weiß, mit einem Brunnen. Vielleicht steht da ja sogar ein Auto. Wow! Okay, da steht ein intakter Bus! Mach auf! Loll! Schau mal raus hier! Brigitte, es tut mir leid! Brigitte, verstehst du, mir gehen wirklich die Option aus! Ich fahre hier den ganzen Tag durch die Gegend, weißt du? Dann finde ich mal ein Liter Fuel, weißt du? Ein Liter! Und fahre dann 10.000 Kilometer weiter, um dann eine Hand zu finden! Mach sofort die Klinkmassen vom Auto! Brigitte, was ich damit sagen will? Ich glaube, das war's. Brigitte, und ich will nicht, dass du... Ich will nicht, dass du das miterlebst. Es tut mir leid! Hör auf zu heulen! Es tut mir leid! Hör auf zu heulen! Es war mir eine Ehre heute, aber ich glaube, wir werden niemals hier weiterkommen. Also das ganze Spiel ist einfach ein reiner Unfall, bin ich ehrlich. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Ich richte mal kurz die Waffe auf mein Gesicht. Ich richte mal nicht. Oh mein Gott! 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 Oh Gott, okay, das reicht! Wir sehen uns dann im nächsten Video, ne? Hau da rein! Tschüss! Ist irgendwie ein bisschen so... Oh scheiße! Einmal nachladen... So... Tschüss! Oh scheiße! So!